Alter! Dreh dich um und check dich selbst. Check deine Eier und... Ah! Boo, bitch! Ah! Hammer Tarnung! Also, was haben wir für heute geplant? Äh, wir verkaufen Drogen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Wir haben das Gebäude umstellt! Hey, woher wussten die Bullen von unserem Versteckmann? Ich rieche den Braten. Ich habe einen Schinken im Ofen. Nee, Essay, wir haben einen verfickten Undercover-Cop in der Gang. Wenn ich so drüber nachdenke, du hast dich ganz schön komisch benommen, Homie. Teardrop, wie lange kennst du mich schon? Dein ganzes Leben, Homie. Du weißt, ich bin kein Cop. Außerdem ist Ron der Gang erst letzten Monat beigetreten. Das tut weh, Razor. Du bist mein Kumpel. Haha, auf keinen Fall. Nicht, Ron. Was tust du da, Essay? Was? Das darfst du nicht, Homie. Das ist total illegal. Das hab ich nicht gewusst. Jo, Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Na klar, Ron ist ein Bull. Jo, hast du mir vielleicht irgendwas zu sagen? Komm schon, Mann. Jo, in so einem Moment sitzt du am Computer. Was machst du da? Etwa dein Tumblr checken? Ich lad mir den neuen X-Men runter. Ist krass, hab ich gehört. Wir haben doch drüber geredet, Ron. Die schalten dir noch das Internet ab. Manche Menschen sind einfach geborene Straftäter, Essay. Kriminell bis auf die Knochen. Okay, wir müssen uns beruhigen. Hör zu. Wir wissen eigentlich nicht wirklich, ob sich unter uns ein Undercover-Cop befindet, stimmt? Wer bist du, Junge? Der Bulle fließt, bleibt! Soll das! Hier wimmelt es nur so von scheiß Bullen, Mann! Lasst mich los! Knallen wir das Schwein ab! Lasst nicht zu, dass sie mich erschießen! Officer Rivers, ich weiß, dass sie als verdeckter Ermittler arbeitet. Du! Ich wusste es. Wir sollten diesen Arsch einfach umpusten. Zingatum Madre! Ich steh voll auf Drogen, yo! Ich hab beschissene Gang-Tattoos an meinem Hals, Essay! Die sind für immer, Homie! Wie viele Wichser hab ich bitte vor euren Augen abgeknallt? Also fünf mindestens! Und ich park immer im Kreuterverbot! Oh, yeah! Und jetzt hab ich den scheiß Kopf umgelegt! Eine Polizeimarke! Was machst du denn damit, Ron? Nein! Nicht unser Ron! Ich will deine Erklärung hören! Oh, das! Ich hab sie gefunden! Draußen! Ich hab sie behalten, falls wir sie brauchen, um Verbrechen zu begehen! Da steht Officer Rivers! Abgefahren, oder? Sich als Polizeibeamter rausgeben ist strafbar! Du bringst uns noch alle in Schwierigkeiten, Homie! Was hast du dir dabei gedacht, Ron? Mensch, Homie! Manchmal denk ich, du bist einfach zu hart für das Gangsterleben! Oh, Gott! Ich geb auf! Alle auf den Scheißboden! Ach, sei sie! Sie haben es geschafft, Officer Rivers! Sie haben diesen Abschaum endlich drangekriegt! Ich kann endlich nach Hause zu meiner Familie! Ich wusste es! Oh, ja! Fick die Bullen! Fick die Bullen! Verdammt, Steve! Du bist höllisch zu spät! Ja, tut mir leid! Ich hatte Migräne und das Einzige, was dagegen hilft ist, wenn ich mir einen Cheeseburger reinhaue und mir unter einer heißen Dusche einen runterhole! Also musste ich in die Innenstadt fahren! Zu viele Infos, Mann! Geh einfach endlich ans Telefon, alter Schwedemann! Hallo, hier ist Triptank! Hallo, Triptank! Ich gebe eine Party für meine Nichte und ihre fabelhaften jungen Freunde und ihre Sendung ist ihre absolute Lieblingssendung! Oh, das ist ja wunderbar! Danke! Ja, also, nun redet sie aber fortwährend von Molly und darüber, wie sehr sie Molly liebt und sie guckt Triptank nur mit ihrer Freundin Molly! Und dass Molly unbedingt zur Party kommen muss! Molly hier, Molly da! Molly, Molly, Molly! Erst habe ich nur gesagt, natürlich, Molly kann kommen! Molly, George, William, alle deine Freunde sind zur Party eingeladen! Doch wie sich herausstellt, ist diese Molly in Wahrheit gar kein Mensch! Also, sind sie gefasst auf eine Sensation? Ja? Diese Molly ist eine Art Freizeitdroge, eine empathogene Substanz! Empato was? Es sind Aufgeilpillen, Mann! Die Kids nehmen sie und sie ficken die ganze Nacht! Oh, natürlich! Also, wie komme ich an ein paar Mollys ran? Ich verbinde sie mit der Abteilung! Denken sie wirklich, die UN wird ihnen eine Milliarde Dollar zahlen? Sie sind doch verrückt, Scrax! Vielleicht bezahlen sie, vielleicht auch nicht! Es spielt keine Rolle, Agent Frisco! Denn ich werde die Erde sowieso pulverisieren! Wenn ich diese Handschellen los bin, haue ich sie bis zum Neptun! Starke Worte! Nur, dass ihr Anus mit dieser Laserkanone gleich zum Uranus geschossen wird! Was? Das war witzig! Ja, ich meine, Anus-Uranus-Witze sind echt abgedroschen, aber ihr Timing und die Ausführung waren sehr überzeugend! Ehrlich? Selbst ich muss es zugeben, das war gut! Hm... Hey, weiß irgendjemand, wie wir zum Abschlag kommen? Ich bin letzte Nacht voll auf deiner Frau gekommen! Guckt euch diesen Schuss an! Du hättest den Schuss sehen sollen, den ich gestern auf deiner Frau gelandet hab! Hey! Komm schon, geh ins Loch! Gekommen bin ich auch, als ich letzte Nacht das Loch deiner Frau gestopft habe! Oh scheiße, Ball im Wasser! Deine Frau hat auch oh scheiße gesagt, als ich letzte Nacht meine Bälle in ihr Wasser getaucht hab! Was soll das überhaupt bedeuten? Da hättest du wohl ein bisschen härter schlagen sollen, Kumpel! Du mieser Wichser, wie kannst du es wagen? Oh nein, Friends! Hör sofort auf! Oh Gott! Hör auf! Bitte! Nicht schon wieder! Cleveland-Walze, Pasadena-Schlammlawine, Tennessee-Whiskey-Cakes, das ist doch bescheuert! Dann hat unsere Stadt eben nicht ihre eigene Sex-Praktik. Wen juckt das? Okay, hier ist eine, die Asusa-Arsch-Uzi. Der Dirty Sandwich-Shop. Der wilde Esel. Die geschwollene Tamale. Der Stinkefleck-Maler. Das flüssige, kackebesudelte, arschfressende Ölgürteltier mit schleimigem Schweinepimmel, das auf dem Nachhauseweg-Wi-Wi-Wi ruft, Karl! Oh, du meinst ein Tallahasse-Handshake. Alles klar, danke, Marty! Okay, begrüßen wir unseren nächsten Open Mic-Art, Dr. Scraggs! Gut, hier zu sein! Haben wir ein Pärchen im Puppikum heute Abend? Und? Wie lange sind Sie beide schon zusammen? Äh, zwei Monate. Das ist großartig, Sir! Sie sind seit zwei Monaten mit dieser Lady zusammen. Sagen Sie, haben Sie es Ihrer Frau schon erzählt? Er ist gut, er ist ziemlich gut. Hm. Und ich sagte, Sie sind der Pilot. Sagen Sie es mir! Scheiß drauf, geben Sie mir einfach ein Stück Butter und ein Wellensittich. Ich mache es selbst. Aber es stellte sich aus, dass es letztendlich doch nicht so eine Party war. Oh, danke. Als ich meiner Frau erzählt habe, dass ich heute Abend im Fernsehen auftrete, hat sie gesagt, wirklich? In welchem denn? Dann, du hast es drauf, Junge. Und ich hab gesagt starke Worte, wenn man bedenkt, dass ich hier in Alus gleich zum Uralus schieße. Danke! Ich liebe euch! Hallo, TripTank! Äh, hallo, ist da der Typ, der in der Sendung immer ans Telefon geht? Ja, hier ist Steve. Klasse. Äh, ich wollte Ihnen sagen, dass ich vorbeikomme und Sie berühren werde. Was? Ja, ich wollte Ihnen nur höflicherweise Bescheid sagen, dass ich in den nächsten paar Tagen die TripTank-Zentrale besuchen werde und wenn ich dort bin, werde ich Sie berühren. Ich, äh, verstehe nicht. Es ist nichts Abartiges, aber es wird sehr viel Berührung geben. Alles über der Kleidung, aber es wird überall auf der Kleidung sein. Nein, ich will das nicht! Sie werden da sitzen und niemand wird Sie berühren und dann werde ich auftauchen und dann werden Sie ausgiebig berührt werden und wenn ich dann gehe, wird niemand Sie berühren, weil ich nicht da sein werde. Punkt. Aus. Oh, okay. Alles klar. Gut. Bis später. Wiederhören. Warum passiert mir das andauernd? Hey, hat jemand meine Schuhe verlegt? Ich habe gestern nur deine Frau fachgerecht verlegt. Weiß jemand, wie wir den Ausgangspunkt für die Jagd finden? Nee, aber ich hab letzte Nacht den G-Punkt deiner Frau gefunden. Hey, hat jemand meine Extraschachtel Munition gesehen? Ich hab meine Extramunition letzte Nacht in die Schachtel deiner Frau geschossen. Wow, guckt euch den strammen Achtänder da vorne an. Deine Frau hat meinen Schwanz letzte Nacht eine stramme Rute genannt. Hättest du lieber das Visier einstellen sollen, Kumpel? Du Scheißdrecksack! Ich ermahne dich! Ich bringe dich mit! Frank, stopp! Was wird dein Bewährungshelfer dazu sagen? Hast du ehrlich nie deinen apokalyptischen Cyborg-Avatar-Kopfgeldjäger in einem rausgefunden? Los! Wenn du ein Baum wärst, was für ein Baum wärst du? Was ist die Lieblingskochtopfmarke deiner Mutter? Dein Lieblings Michael Bathel. Todesursache des Haustests, das du am wenigsten mochtest. Stütz hinlegen! Äh, Sandlholz, Faberware, Coyote, Ugly, natürliche Todesursache. Gar nicht so schlecht! Check das! Teak, Ironclad, Armageddon, Schredder! Du hast Ironclad falsch geschrieben, Schwachkopf. Oh ja, ich würd mich ficken. Ja! Hallo mein Schatz! Zeit für Versus! Versus! Die Kämpfer diese Woche! Ja! Ein Clown! Gegen! Ja! Ja! Ha! 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 Wo willst du denn hin, Pantomime? Ich will dich doch nur aufschlitzen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Gewinner, Pantomime. Roy, kannst du mal ans Telefon gehen, bitte? Nein, Mann, du weißt doch, ich darf am Black Sabbath nichts Elektronisches berühren. Das ist kein richtiger Feiertag. Oh, verdammt. Hallo, Triptank. Hey, Alter, hier ist Dean, euer Müllmann. Ich hab euren Müll durchwühlt und da tun sich eine Menge Fragen auf. Sie haben was? Keine Ahnung, wer dieser Steve ist, aber er futtert eine Menge Meatlover-Pizzen, Mann. Er sollte seinen Körper vielleicht der Wissenschaft zur Verfügung stellen, verstehst du, was ich mein? Weil er ist bestimmt voll im Arsch, Mann. Oh, hey, ich kann nur sagen, dass Steve Mitglied im Fitnessstudio ist und er hat vor, viel regelmäßiger hinzugehen, wenn der Stress nachlässt, okay? Und wer ist eigentlich diese Debra? Die ist in der Personalabteilung. Ja, die schreibt ganz schön versaute Briefe an einen Typen namens Roy. Ich meine, die hat eine dreckige Fantasie. Die Kleine macht Anilingus sozusagen zur Begrüßung. Ich mein, verstehst du, was ich mein? Ja, das ergibt Sinn. Hey, könntest du mir vielleicht ihre Nummer geben oder so, mich verkuppeln? Komm schon, sein Bro. Kein Ding, Müllmann. Ich stelle sie durch. Abgefahren, Mann. Reiß Passier, sehen Sie jetzt eine Frau und einen echten lebenden Esel live auf der Bühne? Das ist das Krasseste, was du hier gesehen hast. Ei, ei, ei. Psst, es fängt an. Ha, ha, ha. Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädchen, ich präsentiere euch die großartigste, wundervollste und fantastischste Show, die ihr je gesehen habt. Nun denn, in meiner ersten Nummer werde ich meine bezahmerte Assistentin Linda in zwei Hälften... Hallo, Jungs. ...zersägen. Ja, das geht raus. Moment, Moment. Ja, bitte. Ja, das hat echt wehgetan. Oh, hey, Moment mal. Hier ist eine Lady auf der Bühne, Mister. Ja, das geht raus. Ja, das geht raus. Ja, das geht raus. Sie haben abgeräumt. Heute hagelt es Angebote wie verrückt. Wirklich? Für was denn so? Vier kleine Wörtchen. Kevin, James, Komiker, Duo. Wow. Das ist der King of Queens. Hallo? Hugo, mein Bester. Tyler, sind die Zahlen schon da? Wie haben wir abgeschnitten? Ja, die Zahlen liegen vor, Kumpel, und, äh, es sieht nicht gut aus. Was? Haha, es sieht fantastisch aus. Oh, Tyler, erschrecken Sie mich nicht so. Wir haben gerade alle Premierenrekorde geschlagen, und zwar haushoch. Sie machen Witze. Aber nein, und mit den Einnahmen und allem anderen freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie soeben Milliardär geworden sind, Hugo. Wirklich? Aha. Also, sagen Sie mir, mein Freund, was werden Sie mit einer Milliarde Dollar anstellen? Wow. Das ist so cool. Das ist ja Wahnsinn, Dad. Wie bist du an diese Location rangekommen? Oh, wisst ihr was? Einfach durch positives Denken. Okay. Und harte Arbeit. Ich meine, das ist auch wichtig. Und, naja, einem Großteil unserer Familienersparnisse. Was? Positiv denken ist wirklich der Schlüsselfaktor. Moment. Du hast das gesamte Theater nur für den Auftritt heute Abend gemietet? Nein, nicht nur für heute Abend. Ich musste es fünf Wochenenden mieten. Wie auch immer. Ich möchte vor dem Auftritt nicht über Geld reden. Wie viel hast du ausgegeben, Marcus? Mein Schatz, mein Schatz, bitte tu mir einen Gefallen, okay? Ich möchte, dass du dir die Show ansiehst. Und dann sagst du mir, ob du findest, dass es das wert war. Ladies und Gentlemen, für den Beginn der Show verwenden Sie bitte Ihre Gratis-Oculus-Rifts, die sich unter Ihrem Sitz befinden. Äh, was? Keine Sorge, du glittriger Kotzbrocken. Ich töte grundsätzlich nur mit Comedy. Oh mein Gott, ich komme zu spät zu meiner großen Show. Was? Hey, was geht ab, Leute? Tut mir leid, ich konnte es mir nicht leisten, erster Klasse zu reisen. Ich musste Couch-Klasse fliegen. Oh nein. Und bei meiner Reise über den großen See bin ich auf den Hund gekommen. Daran hat er zwei Jahre lang geschrieben? Also, ich weiß, was Sie denken. Sie denken, wow, nach der ganzen Aufregung von der Show heute Abend, wird der Kerl vor Stolz platzen. Wow! Ich weiß, ich weiß, ich kann manchmal ganz schön blöd sein. Aber der Kerl da war ein echter Dummy. Schatz, lass uns hier verschwinden. Eigentlich war er ein hyperrealistischer Roboter, den ich in Tokio hab bauen lassen. So cool! Kurze Frage, wer mag Parodien? Oh Mann, das war berauschend. Oh, ich bin total high im Moment, das fühlt sich wahnsinnig an. Du schläfst auf keinen Fall im Bett heute Nacht. Du schläfst in der Couch-Klasse. Äh, warte, ist das dein Ernst? Sie haben TripTank erreicht, hier ist Steve. Hallo, hier ist Promikoch Antoine Buldardo. Ich habe eine Idee, die perfekt für TripTank wäre, wie ich finde. Oh, okay. Lassen Sie mal hören. Der Ablauf ist folgender. Ihr filmt mich, während ich ein komplettes Drei-Gänge-Menü vorbereite. Ihr werdet mich begleiten, wenn ich die Zutaten einkaufe und das Essen Schritt für Schritt zubereite. Dann bringe ich das Essen zu einem durchschnittlichen Vorstadthaus und der Zuschauer wird Zeuge, wie eine Familie die Mahlzeit genießt, die ich meisterhaft zubereitet habe. Wow, ja, das würde ich mir ansehen. Das klingt wirklich cool. Aber da hört es nicht auf. Ich verlasse das Haus nicht. Ich übernehme die Rolle des Ehemanns. Er wird zu einem gehörnten Degradiert, der auf der Couch schläft, während ich nur einen Stock höher die Freuden der ehelichen Pflicht mit seiner unattraktiven mittelalten Frau genieße. Bald sagen die Kinder sogar Papa zu mir. Am Ende jeder Folge schleiche ich mich mitten in der Nacht davon. Und es ist jede Woche ein anderes Rezept. Eine Woche italienische Küche, in der nächsten Woche französische Cuisine und jede Woche wird ein Mann zum sabbernden Trottel gemacht. Wow. Ich nenne die Sendung Meisterkochblasters. Der Mistkerl hat meine Idee geklaut. Hey, hey, Sloppy Joe, hier ist Tripte... Verzeihung, hier ist Steve. Hallo. Sie müssen jemanden schicken. Ein DAX-Rumot in meinem Haus und ich habe ihn jetzt in die Ecke getrieben. Aber Sie müssen schnell jemanden schicken. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich ihn festhalten kann. Es ist ein DAX und es ist furchteinflößend. Ich weiß nicht, wieso Sie eine Zeichentrick-Sendung anrufen. Ich wohne in der East 739. Scheiße, er ist entkommen. Er ist weggelaufen. Ich verfolge ihn. Sir, Sie müssen das Haus verlassen. Scheiße, er hat das Buffet umgeworfen. Er ruiniert mein Mittagessen. Ich wollte heute ein großes Mittagessen ausrichten. Mit einem Buffet. Jetzt frisst er die Sandwiches auf. Jetzt bleiben Sie ruhig. Ich werde mich auf ihn stürzen. Achtung, los. Ich springe. Ich bin abgesprungen. Ich fliege durch die Luft. Oh, daneben. Ich habe ihn verpasst. Ich bin jetzt auf dem Boden. Sir, sind Sie okay? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da ist er. Er krabbelt an meinem Bein hoch. Jetzt ist er in meiner Hose. Er ist an meinem Knie. Oh, jetzt krabbelt er an meinem Oberschenkel hoch. Oh Mann, okay. Wow. Das ist mal was anderes. Du verrückter Dachs, du. Hallo, Sir. Brauchen Sie Hilfe? Ich bin ja noch am Telefon. Die einzige Möglichkeit, einen Dachs zu fangen, ist mit Kerosin und einem ausgehöhlten Hundekadaver. Das weiß doch wirklich jeder. Woher kommst du eigentlich, Roy? Mexico City. Hey, sagt mir Bescheid, wenn das Heck im Wasser ist. Ich habe deiner Frau letzte Nacht das Heck voll abgeklatscht. Ich muss nur noch bis zur letzten Boje fahren, dann kann ich richtig Saft geben. Ich habe deiner Frau letzte Nacht auch so richtig meinen Saft gegeben. Mutter meiner Kinder. Wow, Leute, hier hat einer angebissen. Scheint ein großer zu sein. Ich musste deiner Frau letzte Nacht sagen, sie soll aufhören, meinen großen anzuknallen. Oh, ist nicht wahr, Mann. Hoppla, reingefallen. Kehr mal um, wir gabeln ihn auf. Ich musste letzte Nacht auch umdrehen, um deine Frau die Hure an einer Straßenecke aufzugabeln. Sie war eine Hure letzte Nacht. Wow, Frank, du hast wohl ein bisschen viel Sonne abbekommen heute. Guckt ihn an, Leute. Guckt ihn an. Rot wie eine Tomate. Du mieses Stück Scheiße. Nein, denk an die Folgen, Frank. Nein, hör auf. Wer hat den letzten Fernenmiere gespendet? Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Ich bring's in Ordnung, ich bring's in Ordnung. Niemand will so eine Art von Eselshow sehen. Es ist vorbei. Gib mir nur noch eine Chance, Babe. Nur noch einen Ritt. Ah! 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 Ah!